Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich. Ausbilden können uns andere. Bilden kann sich jeder nur selbst. Das ist kein bloßes Wortspiel. Sich zu bilden ist tatsächlich etwas ganz anderes, als ausgebildet zu werden. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein. Mit diesen Worten des Schweizer Philosophen Peter Biri begrüße ich Sie zum fünften Modul. Bildung, das ist auch ein Ziel, welches wir im schulischen Musikunterricht anstreben. Vor dem Hintergrund der gerade zitierten einleitenden Worte ergeben sich allerdings mit Blick auf Musikunterricht verschiedene Fragen. Welche Art und Weise in der Welt zu sein oder anders gesagt, welchen Blick auf Welt streben wir an, wenn wir uns mit Musik auseinandersetzen? Und was können wir als Lehrkräfte tun, um den Lernenden Bildung zu ermöglichen, wenn doch Bildung offenbar etwas ist, an dem jeder nur selbst arbeiten kann? Diese Fragen zu beantworten, ist zentral für die Musikpädagogen, deren Konzeptionen ich Ihnen heute vorstellen möchte. Rudolf Nügrins erfahrungserschließende Musikerziehung und Christian Rolles Konzeption musikalisch-ästhetischer Bildung. Zwischen beiden Konzeptionen gibt es einige Gemeinsamkeiten, obwohl 20 Jahre zwischen ihnen liegen. Nügrins Buch erschien 1978, Rolles 1999. In beiden spielt außerdem der Begriff der musikalischen oder musikbezogenen Erfahrung eine zentrale Rolle, wenn auch Nügrin und Rolle Ihnen in unterschiedlicher Weise mit den Zielen der Bildung bzw. Erziehung in Verbindung bringen. In diesem Video möchte ich mit Ihnen zunächst die Fragestellungen etwas genauer ansehen, mit denen sich beide musikpädagogischen Arbeiten beschäftigen. Was ist das Besondere an musikalischer oder musikbezogener Erfahrung? Und wie kann diese musikalische Erfahrung zu Bildung oder Erziehung beitragen? Anschließend werden wir dann anhand der didaktischen Hauptwerke der beiden Autoren anschauen, wie sie diese Fragen beantworten und welche didaktisch-methodischen Vorschläge für die Gestaltung des Musikunterrichts sich daraus ergeben.